Du darfst mich nicht wegschicken, bitte, bitte! Okay, okay, aber nur für eine Nacht. Oh, danke! Was hast du? Oh, das wird lustig! Wir bleiben die ganze Nacht auf, erzählen uns Männergeschichten, und morgen früh mach ich uns Waffeln! Es ging wie von selbst. Es hat einfach Spaß gemacht, den Esel zu sprechen. Vielleicht auch deshalb, weil er so komisch ist. Es war jedenfalls recht einfach. In der deutschen Fassung ist Murphys Synchronsprecher Randolf Kronberg zu hören und Esther Schweins als Prinzessin Fiona. Und was wäre ein tapferer Ritter ohne sein edles Ross? Na, klasse! Ich hoffe, du hast das nicht gekriegt. Ich bin ein edles Ross! Ich spreche Prinzessin Fiona, die von einem Drachen in einem Turm gefangen gehalten wird und dann von der Hauptfigur Shrek gerettet wird.